Wer uns kennenlernen will, der muss die Menschen kennenlernen, die aus der VSA das machen, was sie ist. Und all diese Menschen verbindet ein einziger Satz. Ich verlasse mich drauf. Wir sind Marktführer in der Branche. Unsere Kunden können sich zu 100 Prozent auf uns verlassen. Wir rechnen die Rezepte der Apotheken ab, kurz, wir machen diese Rezepte zu Geld. Aber Geld ist natürlich nicht alles. Wir entlasten unsere Kunden mit einer Vielzahl von weiteren Dienstleistungen. Und das Wichtigste für uns ist, im Städtendialog miteinander zu stehen. Die VSA ist ein Arbeitgeber, bei dem die Mitarbeiter sehr stolz auf ihre Arbeit sind. Wir sind nicht meistens oder irgendwie zuverlässig, sondern immer und absolut zuverlässig. Und darauf sind wir sehr stolz. Die VSA ist einer der besten Arbeitgeber Deutschlands. Gerade deshalb kommen wir sehr gerne jeden Tag hierher. Die VSA hat eine Zahlungsgarantie von 100 Prozent. Das ist natürlich hochattraktiv für uns. Die Produkte der VSA, wie zum Beispiel Scan-Dialog oder Hemi-Dialog, erleichtern uns die Abrechnung enorm und reduzieren uns somit das Re-Tax-Risiko deutlich. Das bedeutet für uns ganz konkret Sicherheit, Zuverlässigkeit, Entlastung und natürlich Freiheit. Der Service ist durchdacht und einfach klasse. Die VSA blickt auf eine über 100-jährige Geschichte zurück. Schon im Jahr 1900 schlossen sich Apotheken in einem Verein für eine gemeinsame Abrechnung zusammen. Seitdem ist die VSA Innovationsmotor in der Rezeptabrechnung. Ich verlasse mich drauf. Das konnten die Apotheker schon damals. Das macht mich stolz. Verlässlichkeit und Vertrauen sind wichtige Bausteine für den Erfolg. Im Geschäft wie im Leben. Unser Anspruch ist es, diese Werte als VSA auch in Zukunft zu leben. Verlassen Sie sich drauf. Verlässlichkeit und Vertrauen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!